Das ist auch so groß. Ist das auch eine Bulle? Ja. Was ist das? Na, die ist da. Das ist sicher eine. Ja, aber die sind ja normalerweise nicht beieinander. Große Bullen. Die gehen jetzt in die andere Richtung. Schaut sie mal den da an. So geschehen. Ja, ich kann es klönen. Ja. 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 Was ist kaputt? Die Seite mit den Kaputzen zeigen zeigt er nicht. Ja. Die wandern jetzt da um. Ja. Ja.